So, damit beenden wir unsere heutige Veranstaltung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie nur Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Sie sind hier, um das zu lernen. Also es gibt keine dummen Fragen. Eine Frage hätte ich da tatsächlich noch. Und zwar, wenn man die Zahnprothese in die Nudeln fällt. Hat man eine Zahnpaste? Wow. Okay.